Im vorherigen Video habe ich euch in den Bereich Konventionen eingeführt, habe euch erläutert, warum sie so mächtig sind und dass sie so mächtig sind und gerade auch, dass man sich ihnen nicht wirklich widersetzen sollte, außer wenn man wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Grund dazu hat, etwas anders zu machen, also der Konvention irgendwo zu widersprechen. Und nun wollen wir uns mal ein paar Beispiele aus einigen dieser Bereiche angucken, die ich beim letzten Mal ja angesprochen habe. Und wir beginnen mit kulturellen Konventionen, mit vielleicht so dem Allgemeinsten, was wir eigentlich haben. Und da gibt es sehr, sehr viel. Und das Gemeine an kulturellen Konventionen ist eigentlich, dass wir uns ihrer üblicherweise nicht bewusst sind. Das heißt, wir verwenden sie, wir wenden sie an, wir nehmen sie teilweise sogar als selbstverständlich hin, obwohl sie eigentlich in gewisser Weise willkürlich sind oder, naja, das Resultat langer kultureller Prozesse sind und nicht etwa irgendwie vernünftig oder so. Und, naja, was kann das alles betreffen? Was ist da jetzt alles Kultur? Zum Beispiel der allgemeine Kulturkreis, wo auch sowas drinsteckt wie Leserichtungen. Also, dass wir von links nach rechts lesen und damit auch viele andere Dinge von links nach rechts erwarten. Schaut euch mal dieses Bild da unten rechts an. Warum ist das so komisch? Das ist deswegen so komisch, weil da was von Future steht, aber das Männchen läuft nach links. Und das ist eigenartig, denn die Zukunft, die ist rechts bei uns. Ich habe euch ja bei Eingaben am Anfang dazu auch etwas erläutert, so nach rechts ist mehr, nach rechts ist plus, nach rechts ist auch später zum Beispiel. Das ist nicht in allen Kulturkreisen gleich. Im arabischen Raum zum Beispiel, wo man ja anders herum schreibt, wo man von rechts nach links schreibt, da sind auch die Anordnungen beim Wetterbericht zum Beispiel, die Anordnungen der Tage von rechts nach links. Es ist also nicht nur die Schrift, die gespiegelt ist, sondern diese Leserichtung, die hat noch viel, viel mehr Konsequenzen. Es gibt sogar Schriften, da wird von oben nach unten geschrieben. Oder in Japan zum Beispiel, da gibt es alles Mögliche. Ich glaube, von unten nach oben nicht, aber sowohl Schrift von oben nach unten, die klassische, als auch von links nach rechts, als auch von rechts nach links ist dort tatsächlich üblich. Dann gibt es ziemlich nationale Bräuche. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland die Post mit Gelb verbinden. Oder umgekehrt, wenn wir ein gelbes Auto in einem bestimmten Gelbton sehen, dass wir dann sagen, das ist wohl ein Postauto. Das ist natürlich in anderen Ländern schon ganz anders. Wenn man zum Beispiel nach England geht, da sind Postautos nicht gelb und auch Briefkästen sind nicht gelb, die sind rot. Das heißt, kein Engländer würde wohl diese Farbe Gelb mit Post verbinden. Es sei denn, er hat längere Zeit vielleicht hier in Paderborn verbracht und war dann hier diesem kulturellen Einfluss so gesehen ausgesetzt. Solche Bräuche gibt es auch viele. Das geht auch bis hin zu bestimmten Ausdrucksweisen, die in bestimmten Bereichen üblich sind und in anderen Ländern dann schon wieder nicht mehr üblich sind. Also selbst mit Deutschland und Österreich zum Beispiel gibt es ja ganz unterschiedliche Ausdrücke, die manchmal zum Tragen kommen, die manchmal auch zu Missverständnissen führen. Und dann gibt es natürlich sowas, ich habe letztes Mal schon über sowas wie Subkulturen, und ich bitte das natürlich in Anführungszeichen zu verstehen, gesprochen. Also Branchen, wo es gewisse Fachsprachen gibt, wo spezielle Zeichen und Codes üblich sind. Da brauche ich als Informatiker ja eigentlich nicht viel zu sagen, dass wir als Informatiker einen gewissen Nerd-Sprech manchmal an den Tag legen und gewisse Begrifflichkeiten in bestimmten Arten und Weisen verwenden. Das ist euch ja allen bekannt. So, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Wir wollen ja für eine gewisse Handlungsleitung sorgen. Dann müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen der internen Sichtweise. Das heißt eigentlich der Forderung, dass wir der Konvention für den Bereich, für den wir etwas erzeugen, auch entsprechen. Also wenn wir zum Beispiel etwas für den asiatischen Bereich machen oder vielleicht sogar für ein konkretes Land, sagen wir mal für Japan, dass wir dann auch diesen Konventionen, die dort gelten, entsprechen. Oder umgekehrt, der andere Fall ist, wir wollen etwas erzeugen, was für möglichst wenig Probleme sorgt, obwohl wir die gleiche Variante überall verwenden. Wir haben also eine externe Sichtweise. Ja, dann geht es um Internationalisierung und Lokalisierung. Das heißt, wir müssen entweder das so gestalten, dass die Unterschiede keine Rolle spielen oder wir müssen jeweils für die entsprechende Region, für die wir gestalten, nehmen wir mal von Regionen jetzt aus, eine Lokalisierung durchführen. Ich habe hier ein schönes Beispiel dafür, wie, und ich habe eben von Japan ja schon gesprochen, wie groß doch tatsächlich Unterschiede sind in Bezug auf Ästhetik. Dieses Video habe ich in YouTube gefunden. Es ist hier der Anfang einer Frühstücksfernsehsendung. Und also man sieht schon kulturelle Unterschiede gleich an den beiden Menschen, die da zu sehen sind und wie die sich eigentlich verhalten. Aber worum es mir hier auch geht, ist vor allen Dingen die Gestaltungsästhetik, die Musik, die Farben. Und was dann hier passiert ist, etwas sehr Japan-typisches. Kaum hat das Ganze angefangen, gibt es eine Erdbebenwarnung. Und achtet mal darauf, wie diese Töne klingen, wenn diese Erdbebenwarnung kommt. Oはようございます. 6時になりました. NHKニュース. Oはよう日本です. Ja. Was haben wir gesehen? Also zum einen beeindruckend die Routine mit denen, die da vorgehen. Aber klar, das passiert bei denen oft und die haben da wirklich große Routine drin. Aber die Farben sind natürlich interessant. Die Farbe ist interessant. Und auch diese Soundeffekte, die kommen, wenn zum Beispiel sich so ein Objekt umdreht und dann so ein Pling kommt, erinnert mich immer an Nintendo-Spiele. Das heißt, wir haben da eine gewisse Ästhetik drin, die in Japan passen würde. Stellt euch das Ganze mal in Amerika vor. Ihr könnt euch sicher sein, das würde anders klingen. Und bei uns in Europa wäre das nochmal anders. Das heißt, hier bei sowas, sowas ähnliches haben wir in Software auch, Farbgestaltung und sowas, Soundgestaltung, da haben wir Unterschiede. Und diese Unterschiede gilt es zu bedenken und zu betrachten. Diese Unterschiede, die gelten vor allen Dingen auch für einen Bereich, bei dem, sagen wir mal, die populäre Erzählung sagt, dass es so international wäre, nämlich dem Bereich der Icons, also der Gestaltung mit Bildern. Und Bilder sind etwas, was sehr problematisch sein kann, wo es ganz große Unterschiede gibt. Und hier, auch hier gilt es dann aufzupassen, was man eigentlich machen sollte. Schauen wir uns die Bilder hier mal an. Schaut euch mal oben erstmal diese paar Icons an. Wir sehen da ein Buch. Wir sehen zwei Leute, die sich die Hände geben. Wir sehen, wir sehen Messer, Gabel, Löffel. Okay, das sind drei Bilder, die nicht international sind. Denn zum Beispiel in einem Land, wo von rechts nach links gelesen wird, da würde dieses Buch, das erste Buch, so aussehen, als würden wir uns das Buch von hinten angucken. Wir müssten das Buch eigentlich spiegeln, damit das Buch als ein von vorne dargestelltes Buch aussieht. Händeschütteln ist nicht auf der ganzen Welt verbreitet. In vielen Gegenden macht man andere Arten von Grüßen, zum Beispiel Verbreugungen. Und auch nicht auf der ganzen Welt wird mit Messer, Gabel und Löffel gegessen. Vor allen Dingen nicht mit Messer und Gabel. Sowas wie Löffel gibt es dann doch schon verbreiteter. Okay, diese Icons hier, diese Bilder, die dann im Zweifelsfalle für etwas Bestimmtes stehen, werden aber trotzdem erkannt. Also es wird trotzdem erkannt, dass es hier um Essen geht und auch wahrscheinlich in der Bedeutung, dass dieses Zeichen natürlich häufig vorkommt, dass es um Restaurants geht. Denn diese Zeichen sind sehr, sehr verbreitet und spätestens mit amerikanischen Filmen sind diese Bilder überall hin vorgedrungen. Das gilt auch für das Bild darunter, diesen typisch amerikanischen Briefkasten. Zwar sieht man den manchmal auch in Deutschland, aber eigentlich haben wir solche Briefkästen nicht. Trotzdem erkennen wir dieses Zeichen als Briefkasten und trotzdem durch seine Konventionalisierung erkennen wir die wahrscheinlich damit zusammenhängende Bedeutung. Ich habe euch ja gesagt und auch sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass in Icons in diesen Bildern selber keine Bedeutung drinsteckt. Es gibt aber natürlich gerade bei Icons sehr viele Bildchen, die, sagen wir mal, so eine große Verbreitung und so eine starke Konventionalisierung erfahren haben, dass es eine Konvention gibt, die mit diesem Icon eine bestimmte Bedeutung verbinden und die auch fast jeder dann kennt. Dagegen vorzugehen wäre dann schwierig, also jetzt extra andere Icons zu machen, wäre dann gar nicht sinnvoll, auch wenn diese Icons nicht allen Kulturkreisen entsprechen. Es gibt aber Icons, da ist das viel gefährlicher. Und das Lustige ist, diese Hände-Icons da unten, ich habe das aus einem Icon-Buch, das ist aus den 90er Jahren und da wurde ganz explizit vor Händen gewarnt, das ist insofern interessant, als dieses Daumen-Hochzeichen ja durch Facebook eine mittlerweile so große internationale Verbreitung gefunden hat, dass es vielleicht in die andere Kategorie gewandert ist im Laufe der Zeit. Aber was ist das Problem eigentlich mit diesen Hände-Zeichen? Naja, diese drei Zeichen haben in verschiedenen Ländern wohl, aber jedes dieser Zeichen hat in bestimmten Kulturkreisen eine, sagen wir mal, sehr beleidigende Bedeutung und zwar immer mit irgendwelchen fäkalen Inhalten. Dieses Zeichen hier mit dem Loch, naja, könnt ihr euch vorstellen, für welche Art von Loch das stehen kann, wird ja im europäischen Kontext mitunter für schön und gut oder lecker oder so verwendet, aber wenn man dann in die falsche Schiene kommt, ist das natürlich gefährlich. dass der Pfeil nach oben oder beziehungsweise der Daumen nach oben steht dann dafür, dass der in genau dieses dargestellte Loch hineingesteckt wird und diese Hand, die man so sehe hat, die kennt man bei uns in Deutschland zum Beispiel bei der Bahn, dass man nicht weitergehen soll. Da könnte man darauf achten, am Ende von Bahnsteigen findet man solche Schilder, wo so eine Hand drauf ist und dieses Zeichen bedeutet, in manchen Gegenden steht das dafür, dass man jemandem Fäkalien ins Gesicht wirft, also dass man jemanden für gering schätzt, das ist dann die übertragende Bedeutung. Also Vorsicht mit Handzeichen, jeglicher Art, auch andere Handzeichen. Handzeichen sind etwas, was in verschiedenen Regionen sehr schnell und auch schon innerhalb Europas übrigens ganz verschiedene Bedeutungen haben kann. Und dann haben wir auf der rechten Seite ein anderes Beispiel, wo das häufig problematisch ist. Tiere. Der Hund, der da abgebildet ist zum Beispiel, der bei uns in Europa häufig zum Beispiel fürs Suchen verwendet wird. Also Windows XP zum Beispiel hatte lange Zeit einen Hund in der Suchleiste links, naja, ob man das jetzt brauchte, war mal die Frage, und da war so ein Hund abgebildet, der das Suchen auch irgendwie darstellen sollte. Das ist aber nicht international so. Euch ist wahrscheinlich auch bekannt, dass Hunde nicht überall Haustiere sind und dass Hunde nicht überall diese Funktion zugeschrieben bekommen. Die Eule darunter, die gilt im europäischen Zusammenhang als intelligentes Tier. Es gibt zum Beispiel viele Lexika, die haben eine Eule abgebildet, irgendwo im Umschlag, als intelligentes Tier. In anderen Teilen der Welt gilt das als der Inbegriff der Dummheit. Also wirklich das absolute Gegenstück. Na, wenn ich mir gerade dieses Exemplar so angucke, wie es guckt, kann ich das vielleicht sogar nachvollziehen. Hasen oder Kaninchen? Ich habe selbst ein FDP-Programm, da kann man zwischen Schildgröße und Kaninchen unterscheiden, zwischen langsam und schnell. Das ist damit gemeint, das kann ich da einstellen. Es gibt Gegenden auf der Welt, da stehen Kaninchen eher für Plage. Australien ganz namentlich. Und unten haben wir das Sparschwein. Warum das ein Sparschwein ist, ist mir unklar, ehrlich gesagt. Das ist in Deutschland garantiert, funktioniert das garantiert, dieses Sparschwein. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon in Amerika funktionieren würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es aber nicht. Und gerade wenn man in den arabischen Raum geht, sollte man vielleicht mit der Darstellung von Schweinen sowieso vorsichtig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Sparschweine verbreitet sind. Was soll das also? Warum rede ich über dieses Ganze? Wenn wir lokalisieren und Anpassungen machen wollen für verschiedene Sprachen, dann sollten wir uns auch die Icons angucken. Oder umgekehrt, wenn wir internationalisieren wollen, dann müssen wir auch auf die Icons gucken und müssen überlegen, welche Icons haben wohl rein nationale Bedeutungen. Das ist kritisch. Denn, naja, woher soll man das immer wissen? Manchmal ist man sich dessen nicht bewusst, dass bestimmte Bilder, bestimmte Bildsprachen nur in einem nationalen Kontext verbreitet sind. Häufig kommt das zum Beispiel aus irgendwelchen Erzählungen. Gerade bei Tieren sind häufig Märchen irgendwo, die dahinter stecken, hinter einer bestimmten Bedeutungszuschreibung. Und die sind natürlich unterschiedlich, aber darüber macht man sich nicht immer klar. Also gilt es, das Ganze zu testen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Sprache. Und hier habe ich ein schönes Beispiel von Microsoft hier, von Windows 2000 in diesem Fall. Es ist schon ein bisschen her also. Was ist passiert? Der heise Artikel beschreibt es. Microsoft hatte die Geschlechtsangaben für ein Nutzerformular aus dem Englischen in die Wörter Baron für männlich, no especificado für keine Angaben und Embra für weiblich übersetzt und dabei nicht bedacht, dass Embra in manchen lateinamerikanischen Ländern für Hure gebraucht wird. Das ist mal dumm gelaufen und war seinerzeit auch teuer. Denn das war ja noch zu einer Zeit, als man nicht einen Download angeboten hat, sondern als Betriebssysteme auf CDs gebrannt wurden, beziehungsweise CDs, die allgemein verbreitet waren, wurden ja nicht gebrannt, sondern gepresst. Aber das war ja erst recht ein großer Aufwand. Ja, und dann verbreitet. Das musste also alles zurückgezogen und eingestampft werden. Also ihr merkt, das kann richtig groß problematisch sein. Also achtet darauf. Sprache bei Sprache ist es irgendwie klar. Aber auch Icons und Farben und solche Dinge haben oft eine kulturelle Bedeutung in einem bestimmten Kreis, in einem bestimmten Gebiet. Und darauf muss man achten, dass man das mitbedenkt und dann im Zweifelsfalle mal einen Test machen in einer bestimmten Gegend. Kommen wir zum nächsten Bereich, der Plattformkonformität. Plattformkonformität ist, sagen wir mal, für uns in der Einhaltung praktischer, aus dem Grunde, als dass es eigentlich nicht so viele Abwägungen zu machen gilt. Denn für die Plattformen gibt es Konventionen. Und diese Konventionen sind zu einem großen Teil aufgeschrieben. Es gilt, sich an diese Dinge zu halten und nur im wirklichen Ausnahmefall Abweichungen zu machen. Dass es sowas braucht, das ist eine Entwicklung, die ist durchaus jetzt auch schon ein paar Tage alt. Früher gab es das nicht. Beziehungsweise, sagen wir mal so, früher gab es einen größeren Wildwuchs. Die Firma, die damit angefangen hat, wirklich ein Standard-Design vorzugeben für ihre Betriebssysteme und für Software, die auf ihren Betriebssystemen läuft, war die Firma Apple mit ihrem Macintosh. Und das war auch eine erfolgreiche Angelegenheit, an das sich auch erstaunlicherweise die Leute gehalten haben, was daran gelegen haben wird, dass das Design, was Apple sich ausgedacht hat, auch durchaus attraktiv war. Man hätte das nicht müssen. Softwarehersteller hätten durchaus Programme schreiben können, die ein ganz anderes User-Interface gehabt hätten. Haben sie aber nicht, sondern sie haben sich an die User-Interface-Guidelines von Apple gehalten. Und diese Guidelines, die besprachen dann oder bestimmten, wie Fenster aussehen sollen, wie die Menüleiste aussehen sollen, wie Buttons aussehen sollen, was auf Buttons draufsteht, all solche Dinge war da drin geregelt. Andere Betriebssysteme, wie zum Beispiel das MS-DOS, also auf der IBM-PC-Schiene, die hatten sowas nicht und es gab viele, viele verschiedene Arten von Nutzungsschnittstellen. Microsoft zum Beispiel hatte so eine, wie sie hier links zu sehen ist, die auch über die eigene Software relativ konsequent eingehalten. Also ihr seht hier zwei Fenster, noch vor Windows, aber trotzdem Fenster, steht auch unten tatsächlich Window. Also wir haben hier Word und wir haben hier zweimal das gleiche Dokument in Word geöffnet und unten gibt es dann so einen Command-Bereich, den kann man per Escape erreichen und dann kann man mit den Pfeiltasten oder durch den Anfangsbuchstaben da drin navigieren. Man konnte sogar, wenn man eine Maus hatte, was kein Mensch hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, mit der Maus diese entsprechenden Dinge ansteuern und anklicken. Das war über alle Microsoft-Programme so. Aber wenn man zum Beispiel einen Lotus 1, 2, 3 hatte, was eine Tabellenkalkulation war, eine verbreitete damals, dann sah das ganz anders aus. Und wenn man von Borland irgendwelche Entwicklungswerkzeuge hatte, dann sahen die auch ganz anders aus. Es gab also kein Standard-Design bei MS-DOS, sondern jeder Hersteller hatte so sein eigenes. IBM kam dann als erstes auf den Gedanken und hat eine Guideline geschrieben, die Common User Access heißt und die viele Sachen festschreibt, die heute noch gelten. Denn an dieses Common User Access hat sich letztendlich auch Microsoft gehalten beziehungsweise stark daran orientiert. Denn IBM und Microsoft waren ja stark miteinander verbandelt und haben auch eine lange Zeit gemeinsam an einem Betriebssystem gearbeitet, nämlich dem Betriebssystem OS2, was heute ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Da stehen solche Sachen drin, die es heute noch gibt. Zum Beispiel, dass man mit der Alt-Taste und wenn man die Alt-Taste drückt, dass dann in Buttons unterstrichen wird, welche Buchstaben man dann drücken kann. Dass man Buttons also mit Alt- und einem Buchstaben auslösen kann. Dass F1 eine Hilfe aufruft und dass der Tabulator Eingabefelder weiterschaltet. All das sind ja eigentlich völlig willkürliche Entscheidungen. Was hat Tabulator, was ja eigentlich das Springen in eine neue Spalte zu tun hat, im Text mit dem Weiterschalten auf den nächsten Button zu tun? Nichts oder wenig. Man kann das vielleicht irgendwie herargumentieren, aber es ist schon eigentlich gesucht. Man hätte auch eine andere Taste nehmen können. Zum Beispiel die Endetaste oder Bild oben oder Bild unten oder irgendeine andere Taste hätte man dafür nehmen können. Aber man hat die Tabulator-Taste genommen. Und F1 zum Beispiel für Hilfe. F1 hat nichts mit Hilfe zu tun. Man hätte genauso gut sagen können, F10 ist Hilfe. Oder irgendeine andere Taste, die Pause-Taste ist Hilfe. Auch das wäre irgendwo möglich gewesen. Und diese Konventionen, die seht ihr, die haben sich lange gehalten. Die gelten größtenteils tatsächlich noch immer, auch wenn sie willkürlich sind. Alle großen Hersteller haben solche Guidelines. Ich habe schon gesagt, die müssen nicht ergonomisch sein, sind es auch oft nicht. Und sie sind auch oft nicht widerspruchsfrei und nicht nur untereinander sich nicht widerspruchsfrei, sondern manchmal auch in sich nicht widerspruchsfrei. Vor allen Dingen, wenn man auf ergonomische Anforderungen geht. Das ist aber auch nicht die Aufgabe dieser Dinge. Sondern die Aufgabe ist es, ein einheitliches Look und Feel zu erzeugen. Ich erzähle euch ganz kurz was zu einzelnen Guidelines. Natürlich nicht im Detail. Wir gehen überhaupt nicht in die Guidelines hinein. Das würde ja auch viel zu lange dauern. Da können wir uns Wochen mit beschäftigen, ohne dass es besonders interessant würde. Ich will nur darauf hinweisen, was es eigentlich so für Guidelines gibt und was das Interessante an den einzelnen Guidelines ist. Microsoft hat Design-Guidelines für UWP-Apps, also Universal Windows-Plattformen. Das sind die modernen Windows-Applikationen. Da gibt es eine umlaugreiche Besprechung aller User-Interface-Elemente. Interessanter drin sind Hinweise zum Icon-Design. Die lohnt es sich durchaus mal genauer anzugucken, weil die durchaus sehr praktisch zeigen, wie man Icons gestalten kann. Dann gibt es aber auch noch die klassischen User-Interface-Guidelines. Und das Interessante daran ist, da gibt es erheblich mehr User-Interface-Elemente. Wie kommt das? Es liegt daran, dass die klassische User-Interface für Maus- und Tastaturbenutzung ausgelegt war. Und das Neue, das natürlich auch noch unterstützt, oder wieder, je nachdem, wie man das sehen möchte, aber vor allen Dingen auch touchtauglich sein soll. Und mit der Touchtauglichkeit, da fallen dann einige Dinge weg. Interessant sind Widersprüche zu den UWP-Apps, vor allen Dingen was zum Beispiel Farbgestaltung angeht oder auch der Einsatz von Schatten. Da gibt es durchaus Widersprüche drin. Interessant in den Guidelines sind die Hinweise zur Farbauswahl, denn da ist eine interessante Art und Weise beschrieben, wie man gut Farben auswählt. Die Google-Design-Richtlinien, das Material-Design von Google, das ist insofern besonders, als dass es den Anspruch hat, auf vielen Plattformen gültig zu sein, teilweise in leichten Abwandlungen, aber so im Großen und Ganzen sollte das für die Desktop-Applikationen gelten, für Web-Applikationen, für Android-Applikationen, für iOS-Applikationen. Und es ist auch gut, also das Material-Design entspricht unseren User-Interface-Vorgaben ziemlich gut, vor allen Dingen auch, weil es eben kein Flat-Design ist, sondern sich viel mit tiefen und mit sich abhebenden Flächen beschäftigt und darüber eine Strukturierung der Oberfläche erreicht. Dann natürlich sehr spannend, das User-Interface, beziehungsweise die Materialien dazu, also die Icons, die Fonts, auch die Farbpaletten sind alle öffentlich, sind Open Source. Das heißt, man kann die für eigene Projekte verwenden. Selbst wenn man sich gar nicht als Material-Design hält, kann man Teile daraus für eigene Projekte verwenden. Man muss nochmal in die Lizenz gucken, vielleicht muss man das irgendwo angeben, aber man darf diese Dinge verwenden, was man ja sonst nicht so darf. Man darf ja nicht einfach irgendwo Icons klauen. Inhaltlich sehr spannend darin sind Hinweise zur Bidirektionalität. Also gerade zu dieser Fragestellung, wenn ich eine Schrift habe, die von links nach rechts ist oder eine, die von rechts nach links ist, was mache ich dann eigentlich? Und ihr seht das hier schön, dass das ganze Interface irgendwie gekippt ist auf die andere Seite. Das heißt, auch der Button ist zum Beispiel auf der anderen Seite und auch die Icons sind auf der anderen Seite. Es ist nicht einfach nur die Schrift in sich verdreht. Das gilt aber nicht für wirklich jedes einzelne Element. Der Haken zum Beispiel, der sieht in beiden Fällen gleich aus, weil das ist ein Zeichen, das ist das eine Bild, was so gesetzt ist und wo man das dann tatsächlich nicht macht. Apple hat natürlich interessante Guidelines, beziehungsweise kann man eigentlich gar nicht sagen, Apple hat viele Guidelines, nämlich für all seine Plattformen einzelne. Also es gibt Guidelines für macOS, für iOS, für iPadOS, für watchOS und dann noch für tvOS und habe ich noch irgendwas vergessen? Also Apple hat ja viele Plattformen und jeweils eigene User Interface Guidelines. Während andere Hersteller teilweise versuchen, da Angleichungen zu machen und überall das gleiche Design unterzubringen, was auch mit Windows schon mal gescheitert ist, bei Windows 8, macht Apple viele verschiedene Guidelines. Apple war mal Vorreiter in Sachen User Interface Guidelines, wie ich eben schon gesagt habe. Und die frühen User Interface Guidelines sind auch interessant zu lesen, wegen der interessanten Begründungen da drin. In den neueren stehen keine drin. In den neueren sind es häufig Einzelbeschreibungen zu einzelnen User Interface Elementen. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ein bisschen langweilig geworden. Das Interessante ist, bei watchOS, da gibt es so interessante Prinzipien. WatchOS geht, da geht es natürlich um die Uhr und da geht es darum, dass etwas actionable ist, dass man also mit etwas, was man da tut, auch handeln kann oder dass irgendwelche Informationen glanceable sind. Also, dass ich sie auf einen Blick schnell erkennen kann. Das sind natürlich besondere Herausforderungen, besondere Forderungen, Anforderungen, die dann an dieser Stelle formuliert werden. Das lohnt sich vielleicht durchaus mal anzugucken, vor allen Dingen, wenn euch ein entsprechender Bereich interessieren sollte. Was ist die Quintessenz der Plattformkonformität? Haltet euch dran, weicht nur davon ab, wenn ihr einen wirklich guten Grund habt. So, jetzt habt ihr in der Vorlesung natürlich viele ergonomische Forderungen gehört. Sind das gute Gründe? Natürlich sind das gute Gründe. Die Frage ist nur, lohnt es sich? Das heißt, ihr müsst immer eine Abwägung machen. Lohnt sich die Andersartigkeit und die dadurch vielleicht entstehenden Probleme hier an dieser Stelle gegen die Vorteile, die durch ergonomische Dinge entstehen? Also, wenn es ergonomische Probleme sind, die wirklich für körperliche Schäden sorgen können, dann solltet ihr es auf jeden Fall vermeiden. Das passiert allerdings auch relativ selten. Wenn es Änderungen an der Optik nur sind, also ihr möchtet nicht die blauen Icons für Ordner nutzen, die es bei macOS gibt, sondern lieber gelbe, weil ihr möchtet, dass es überall auf allen Plattformen gelbe Icons sind, wie bei Windows oder so. Das ist ziemlich unproblematisch. Das mag für eine kurze Irritation sorgen, wahrscheinlich aber nicht. Aber das Element zumindest tut immer noch das Gleiche. Wenn ihr Änderungen im Verhalten macht, dass sich Dinge anders verhalten, als das in der Konvention üblich ist, dann sind wir in einer schwierigeren Lage und dann sollte man das nochmal zusätzlich unterstützen. Das heißt, ihr gestaltet etwas, was anders ist, als das, was die Leute kennen, dann sollte es auch anders aussehen. Hier ein Beispiel dafür, wo das nicht der Fall ist. Schaut mal, Plattformkonformität. Wir haben hier drei sehr ähnlich aussehende Fragen, die gestellt werden und die werden jeweils gestellt, wenn mehrere Dokumente geöffnet sind und man möchte das schließen. Und ja, da steht dann immer, es existieren zwei Pages-Dokumente, drei Smultron-Sieben-Dokumente, drei Word-Dokumente. Okay, dann ist das Gleiche. Aber schaut mal, bei Word sind die Knöpfe anders beschriftet. Und da, wo bei dem Smultron und bei den Pages jeweils sichern und beenden steht, da steht bei Word Änderungen verwerfen. Das ist aber wirklich gefährlich. Das sollte man doch vermeiden. Das heißt, was Microsoft hätte machen sollen, ist, dann hier auch wirklich einen ganz anderen Fragetyp, ein ganz anderes Fenster gestalten, dass diese Gleichheit nicht nachhaltig ist. nahelegt, sodass man nicht versehentlich einen völlig anderen Knopf drückt, der etwas ganz, ganz anderes bewirkt und hier sogar für Datenverlust sorgen kann, wenn man hier so in einem Automatismus auf Änderungen verwerfen drückt, anstatt auf sichern und beenden, was man eigentlich erwartet hätte an dieser Stelle. Schlussendlich haben wir hier noch die Aufgabenkonformität, wo wir also der Arbeitsaufgabe nachspüren und dass die Arbeitsaufgabe selber ein zentrales Gestaltungsanliegen ist. Da gibt es sehr viel, was man da an Konventionen haben kann, also dass zum Beispiel in einer bestimmten Branche oder für einen bestimmten Aufgabenbereich bestimmte Nomenklaturen schon üblich sind. Aber vor allen Dingen geht es hier bei der Aufgabenkonformität auch darum, dass man sich solche Konventionen dann selber schafft. Das heißt, dass man sich Styleguides macht, wenn man eine Software gestaltet. Das ist vielleicht nicht unbedingt so wichtig, wenn man eine Software ganz alleine gestaltet, obwohl auch da ein Styleguide sehr hilfreich sein kann. Aber vor allen Dingen, sobald man mit mehreren Leuten an einer Software gestaltet, dann ist ein Styleguide immens wichtig, denn sonst kommt es eigentlich immer zu Inkonsistenzen. Sei es, dass man die Icons nicht gleich verwendet, dass man Dinge unterschiedlich nennt, dass man die Knöpfe nicht an die gleichen Stellen macht. All diese Probleme, die wir ja so in diesem Bereich von Stabilität besprochen haben, die treten dann auf, wenn man sowas nicht hat. Das heißt, es gilt Styleguides zu erzeugen und da findet man viel Material zu, wie man Styleguides gestalten sollte. Ich habe hier auch einige Folien dazu, aber ich überspringe diese Folien jetzt an dieser Stelle, denn wenn ihr Styleguides selbst gestalten möchtet, wie zum Beispiel hier das, wo ihr da seht, da werden so Farben gestaltet. Das ist hier der Styleguide der Universität Paderborn. Dann müsst ihr euch sowieso neunmal damit beschäftigen, weil das dann wirklich sehr umfangreich ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man solche Styleguides macht, dass man sich an solche Styleguides hält und auch, dass man solche Styleguides gegebenenfalls wieder anpasst. Was man dann auch macht, ist, dass man Styleguides quasi in Hierarchien erzeugt. Man macht einen größeren Styleguide, vielleicht für die ganze Software Suite, dann einen Styleguide für die einzelne Software und vielleicht innerhalb dessen sogar noch einen Styleguide für ein einzelnes Modul. Da wiederholt man nicht alles, sondern man beschreibt dann für dieses entsprechende Modul oder für diese entsprechende Software die entsprechenden Unterschiede zusätzlich. Das ist etwas, was wichtig ist, denn man sollte nicht einen allgemeinen Styleguide völlig überladen und aber auch nicht lauter sehr große Styleguides für sehr kleine Dinge erzeugen. Also diese hierarchische Strukturierung von Styleguides sind durchaus wichtig. Eine Sache noch, bevor wir zu einer Abschlussfrage vielleicht kommen oder einer Diskussion, was immer so eine Sache ist, ich erzähle euch ja alleine was, aber vielleicht eine Denkanregung für euch ist, noch ein Hinweis, dass Versionen selber, also Software selber, auch faktische Konventionen schafft. Was meine ich damit? Dadurch, dass bestimmte Softwareprodukte eine große Verbreitung haben, erwarten viele Leute, dass Software auch so funktioniert, wie diese Software ist, ohne dass es einen expliziten Styleguide dafür gäbe. Und hier Microsoft Word ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass das so ist. Und Word sah sehr lange aus, so wie auf dem hinteren Bildchen abgebildet. Also das dürfte Word 2003 sein. Man hat oben so eine Menüzeile, dann hat man so eine Iconleiste und dann hat man irgendwo den Inhaltsbereich und diese Iconleiste, die ist umfangreichst konfigurierbar. Wenn ihr euch ein LibreOffice oder OpenOffice installiert, dann sieht das heute noch so aus, beziehungsweise es kann zumindest so aussehen. Das kommt nicht von ungefähr, dass das so aussieht, sondern das liegt daran, dass das der Quasi-Standard war. So sieht nun mal eine Textverarbeitung aus oder sah nun mal eine Textverarbeitung aus. Microsoft ist dann darauf gekommen, das umzugestalten. Die Gründe habe ich euch an anderer Stelle ja mal erläutert und hat auf dieses Ribbon-Design gewechselt. Das sieht man hier in Word 2007. Das ist die erste Version, die dieses Ribbon-Design hatte. Und das ist natürlich eine ziemliche Revolution gewesen. Und es hat genau für die Probleme natürlich gesorgt, die ich euch auch genannt habe. Und man hat bei Microsoft dann gedacht, ja, das ist es aber wohl trotzdem wert, denn wir haben so viele Probleme mit dem vorherigen Design, dass es unübersichtlich nicht mehr erweiterbar, versehentlich fehlkonfiguriert wird und so weiter und so fort, dass wir sagen, es lohnt sich, ein neues Design zu machen. Das hat sich in diesem Falle, ich weiß nicht, ob es sich wirklich gelohnt hat, das möchte ich jetzt gleich gar nicht beurteilen, aber es hat sich zumindest gehalten, dieses neue Design. Auch heute haben wir ja noch dieses Ribbon-Design, auch weil es nicht mehr ganz genau so aussieht wie hier natürlich. Aber diese Probleme gab es. Wie ist man dem ein bisschen entgegengekommen, vor allen Dingen für die Power-User? Aber man hat die anderen Möglichkeiten der Nutzung so gelassen. Das heißt, die ganzen Tastenkombinationen zum Beispiel, die vielleicht gerade Power-User ja häufig nutzen, die funktionierten nach wie vor genauso. Trotzdem haben wir hier ein schönes Beispiel für diesen großen Gap. Was heißt das für euch? Wenn ihr an einer Software arbeitet, die eine große Verbreitung hat oder sehr etabliert ist, auch vielleicht noch in einem bestimmten Bereich nur, dann überlegt euch wirklich sehr, ob ihr etwas ändert. Denn die Software selber hat ihre eigene Konvention geschaffen und eine Änderung wird für Probleme sorgen. Kommen wir abschließend zu einer, wie ich eben schon mal sagte, Diskussion oder einem Nachdenken darüber, wie wichtig Konventionen eigentlich sind. Und da gibt es zwei sich eigentlich ein bisschen widersprechende Beobachtungen. Wir sind heute dadurch, dass wir viele Web-Anwendungen benutzen, viele von uns zumindest, ein hohes Maß an Inkonsistenz eigentlich gewöhnt. Das heißt, dieses gleichmäßige Aussehen, wie es beim frühen Macintosh vorgeschrieben war, Windows hat das nie ganz so stark erreicht, aber vor allen Dingen, da gab es das ja stark. Aber auch Windows hat ja, sagen wir mal, wenn man bei den Standard-Applikationen bleibt, doch ein ziemlich einheitliches Design. Das erwarten wir vielleicht heute gar nicht mehr so sehr. Denn es ist uns klar, dass unser Lernverwaltungssystem Paul in der Uni Paderborn anders aussieht als Facebook. Und dass Facebook anders aussieht als Twitter. Wir würden gar nicht so richtig erwarten, dass es genau gleich ist. Das käme uns wahrscheinlich eher komisch vor, dass das gleich ist. Auch bei Apps haben wir einen größeren Wildwuchs eigentlich, als es so in dem klassischen Desktop-Bereich noch der Fall war. Und wenn wir gerade mal Windows betrachten, da ist sowieso ein ziemlicher Wildwuchs da. Denn es gibt Anwendungen, die haben dieses moderne Windows-Design, einige dann das noch modernere Windows-Design, was sich bei Microsoft Fluent Design nennt. Dann gibt es viele Anwendungen, die sind Windows-Vista-artig. Das heißt, die haben diese Ribbons zum Beispiel. Das ist ja das, was mit Windows-Vista oder so in diesem Zeitraum auch eingeführt wurde. Dann gibt es Anwendungen wie Microsoft Edge und Microsoft Word, die zwar moderne Anwendungen sind, aber trotzdem von diesem Design abweichen und auch noch alles mögliche andere. Das heißt, da haben wir sowieso einen stärkeren Wildwuchs. Und wir kommen damit erstaunlicherweise zurecht. Das heißt, vielleicht sind diese Hersteller-Guidelines gar nicht mehr so wichtig. Andererseits gibt es eine Beobachtung, die man machen kann, dass über Geräteklassen hinweg das Design sich immer ähnlicher wird, was zum Beispiel Icon-Verwendungen angeht. Oder dass man zum Beispiel das Profil findet, die Profileinstellung, indem man auf seinen eigenen Namen klickt. Das ist so ein Standard, der sich etabliert hat. Und sowas gibt es vieles. Ich hatte bei mir eine Bachelorarbeit, da hat sich das jemand angesehen und hat gesagt, ja, wenn ich das Material Design mit einigen leichten Abweichungen nehme, da kommen eigentlich alle irgendwie so drunter. Das heißt, wir haben gleichzeitig ein weniger Wichtigwerden von ganz konkreten Plattformvorgaben und ein Zusammenlaufen auf einen stärkeren Designstandard, was auch damit zusammenhängen wird, dass es immer mehr plattformübergreifende Anwendungen gibt. Wichtig ist aber, wenn man ein eigenes Produkt gestaltet, dass man innerhalb dieses Produktes sich an seine Konventionen hält und für eine interne Konsistenz, die wir ja vorher besprochen haben, vor allen Dingen sorgt. Wenn man das nicht macht, dann wirkt es schnell unprofessionell. Soviel an dieser Stelle zu den Bereich Konventionen und wir machen gleich weiter mit einem Video über sprachliche Aspekte.